Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite Skin Gameplays mit mir, dem Herrn Gleich. Ja, und da haben wir ihn auch schon gefunden. Die verderbte Reisende. Gibt heute ein sehr, sehr spannendes Gameplay, Leute. Lasst euch überraschen. So Leute, Epic Games hat uns einen Creator Code gegeben. Ihr könnt ihn eintragen unten rechts im Itemshop sofort U-Gleich TTV, dann auf Annehmen drücken. Das unterstützt uns sehr und ihr zahlt keinen einzigen Video-Bag drauf, sondern unterstützt uns kostenlos. Und ich würde sagen, viel Spaß mit dem Video. Jo, dann lassen wir es mal laufen. Also da steht er erstmal so rum. Oh, er pickt. Er hat was getan. Er pickt. Er pickt. Er pickt. Ich werde bekloppt. Er pickt. Er sieht schon geiler aus, ne? Er pickt. Er hat es sogar jetzt mal gedreht. Sensationell. Ja, und da kommt er auch schon wieder angeflogen. Oh, guck mal. Und da gibt es auch schon den Snipe. Wer war denn das jetzt schon wieder gewesen? Eine Frechheit. Wirklich eine absolute Frechheit. Mensch, 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 Mensch. Aber wir haben ihn ja nochmal. Hier, da. Also er ist sehr aktiv. Es ist einer der aktivsten Spieler, die ich jemals gesehen habe. Und er pickt. Er ist ja sogar noch da. Also seht ihr das? Er hat gepickt. Sensationell. Sensationell. Also er pickt immer noch. Er pickt. Er pickt. Wo ist das Gameplay? Aus seiner Sicht. Also er pickt. Und er pickt nochmal. Guckt, guckt, guckt. Das ist geil. Jetzt guckt er nach oben. Ja, er pickt und guckt nach oben. Okay. Sehr spannend. Ja, er pickt und guckt nach oben. So, okay. Und, und jetzt. Ah, okay, das ist geil. Wahnsinn. Das ist der Wahnsinn, was für ein krasses Gameplay hier rausgehauen wird. Oh, oh, oh. Er hat sich gedreht. Und er pickt nochmal. Das ist der Master picker. Krass. Crazy. Ja, da frage ich mich ernsthaft. Was ist, was macht der da? Ja. Gucken wir ihm noch ein bisschen beim Picken zu. Guck mal. Das ist der gleiche. Das ist kein Witz. Also wir haben wirklich gedacht. Hier, man sieht es auch an der Picke. Und er pickt wieder einfach nur. Und er... Es ist so geil, oder? Ist das nicht ein geiles Gameplay? So, wir haben echt... Wir haben dann nochmal danach gesucht, ne? Und haben uns gefreut. Oder ist einer drin? Dann ist der gleiche Typ wieder. So. Es sind wieder diese magischen Schwingen. So. Und er steht wieder einfach nur rum. Und jetzt kriegt er den nächsten Snipe ab. Ist das nicht prima? Und da wundert man sich. Und er... Da ist er wieder. So. Hier. Gucken. Auf welche Art und Weise. Heute stirbt er 1000 Tode. So. Wieder die magischen Schwingen. Und er steht wieder. Warum joint jemand... Und macht genau wieder das gleiche. Es ist ja nicht zu glauben. Warum joint jemand... Einem Spiel da hinten steht auch noch so einer rum. Ich treffe nie auf solche Leute, ne? Das wären jetzt zwei Freekills. Aber er steht einfach da und er macht gar nichts. Er pickt. He's the master picker. The master picker. Aber hier sehen wir es nochmal richtig geil, oder? Das sieht cool aus, ne? Da haben wir da hinten dran. Wir haben jetzt echt genügend Zeit, uns dieses Teil mal genau im Detail anzuschauen, ne? So. Heute mal ist Gameplay komplett lagfrei. Sensationell, oder? Es ist wie ein Bleistift da vorne, ne? Das ist mir noch nie aufgefallen. War noch nie so lange die Picke im Blickfeld gehabt. Es ist ein Bleistift. Tatsächlich ist es ein Bleistift. Ja, das ist krass. Ja, ihr könnt jetzt gerne mal irgendwie Tipps abgeben, wie ihr das nächste Mal stirbt. Das ist sensationell. Okay, gut. Wird der Roboter ihn töten? Oh mein Gott, der Roboter kommt. Nein, nein, er wird nicht vom Roboter getötet. Nein! Ihr habt Kenny getötet. Ihr habt Kenny getötet. Kann ja wohl nicht wahr sein. Und da fliegt er wieder. Ist das nicht toll? Ich finde das sensationell. Das ist ein sensationelles Gameplay. Ganz wunderbar. So, und er steht wieder. Gucken auch, wer wieder pickt. Er pickt wieder. Er macht was. Er macht was. Wie wird er wohl diesmal sterben? Mir! Ja, da steht... Oh! Roh! Oh-oh-oh-oh-oh! Oh nein! Oh nein! Oh nein! 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 Oh mein Gott! Oh mein Gott! Boo! Boo! Mega Boo! Und wie oft wird der wohl noch sterben? Magical Wings. Und er pickt. Ja, ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare reinschreiben, was ihr denkt, was er da macht. Ich habe nämlich keinen Plan, was er da macht. Also, wie das zustande kommen kann. Ich meine, er ist ja nicht AFK, sondern er macht ja schon irgendwas. Die Frage ist, was? Ja, und so sieht das dann in Zeitraffer aus. Ja. Ich würde mal sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst mal bitte einen Daumen da rum. Schreibt das in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaut das nächste Mal wieder an, wenn es wieder heißt. Fortnite-Skin-Gameplays. Mit mir, dem Mäntler Highshow. Bis dann und tschüss. Bis dann. Bis dann.